Take me in a Neverland Yo, was geht ab? Good morning! Es ist Mittwoch, morgen. Ich habe mich gerade fertig gemacht. Das ist mein Outfit und werde jetzt kurz zur Post fahren. Ich muss das Paket wegbringen mit meiner alten Kamera, damit die repariert wird. Oder je nachdem, was auch immer damit gemacht wird. Dann muss ich noch kurz was einkaufen. Wir haben nämlich keine Müllbeutel mehr. Und dann fahre ich nach Iserlohn. Meine Wimpern werden heute gemacht. Ich gehe mit Tuba was essen, weil ein bisschen quatschen und so. Und dann habe ich auch noch ein Modell heute zum Wimpern machen. Genau, das ist heute mein Tag und dann würde ich sagen, mache ich mich auf den Weg. Ui, wie sehe ich denn aus? Hi. Komm, kommst du zur Seinrichtung? Ja, ich warte auf die Lamine. Nein, halt mich. So, jetzt schreibst du nicht okay. Okay. Und jetzt? BAM! So, wir waren jetzt gerade lecker frühstücken. Boah, ich bin übel voll aber, ne? Du hast ja auch alles weggegessen. Ja, das ist immer so. Wir haben uns rausgeworfen. Quasi, weil ich alles weggegessen habe. Aber ich hatte eine richtig leckere, heiße, weiße Schoki. Und jetzt machen wir meine Wimpern. Also, ich mache deine Wimpern. Tuba, ich mache original nichts. Und ich glaube, wir machen ein bisschen länger. Also, ich habe jetzt 13 Millimeter. Ja. Machen wir 15. Wir überspringen einfach die 14, oder? Du willst es haben. Ja, was sagst du? Wir probieren es. Oder meinst du lieber so lassen oder 14? Oh, meinst du, 15 geht klar? Ach, wir versuchen es einfach mal. Okay, wir versuchen es einfach mal. Falls ich sterbe, sterbe ich mal. Red Queen. Red Queen. Kannst du abheben. Meinst du, die sind mir zu lang? Kannst du in den Urlaub fliegen? Kannst du in den Urlaub fliegen mit deinen Wimpernchen? Meinst du, die sind zu lang für meinen Kopf? Für deinen Kopf? Für meine Augen? Vielleicht für deine Wimpern. Sag! Kann ich nicht, ich muss gleich gucken. Ja, okay. Soll ich das jetzt mitten auf der Straße entscheiden? Ja. Okay. Und? Dann machen wir 18 Millimeter. Haben wir nicht. Bestell mal. Okay. Ich mach dir Haare raus. Komm mal, ich hab's dran. Ihh, guck mal, dann hängen die so runter. Mäh. Okay, das ist auf jeden Fall. Dann flöchte ich sie dir. Die müssen dann so zur Seite runtergeflochten werden, weil sonst sehe ich ja nichts. Ne? Achso, ja, klar. Einmal hier und einmal da. Ja, ja, genau. Vielleicht auch ein bisschen in der Mitte. So, über die Nase. Ja, das machen wir. Und dann habe ich gleich noch ein Modell, wo ich dann etwas tue und sie nicht. So läuft das. Boah, es ist kalt. Meine Finger frieren. Okay, tschüss. Hello, ihr Lieben. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist auch schon relativ schwierig. Ich war jetzt wirklich den ganzen Tag bei Tuba. Es war aber sehr cool. Ihr seht, ich habe auch frische, neue Wimpern. Moment mal, ich gehe mal in das Unterricht. Sekunde. Schön. Und ich habe auch Wimpern gemacht. Ich kann euch ja mal ein Foto davon einblenden. Und es war sehr cool. Und ich habe was geschenkt bekommen von meinem Modell. Ich habe mich mega gefreut. Ich zeige euch das mal. Sekunde. Ich muss das nämlich ins Gästezimmer stellen. Weil ich glaube, es ist giftig für die Katzen. Und hier kommen die momentan nicht rein. Von daher bleibt es hier stehen. Schaut mal. Voll schön. Ich habe mich voll gefreut. Voll lieb. Ja, das war sehr cool. Es hat auch alles ganz gut geklappt. Also Tuba war sehr zufrieden mit mir. Ich war auch relativ zufrieden soweit. Also für das, was war denn das? Das dritte, vierte Mal war das, glaube ich, schon echt gut, muss ich sagen. Ja, und jetzt bin ich zu Hause alt. So viel werde ich gar nicht mehr machen können. Weil es, wie gesagt, schon ziemlich spät ist. Ich werde mich jetzt noch kurz um die Wäsche kümmern. Werde mein Video... Ah, das muss ich noch posten. Weil eigentlich heute ja ein Video kommt. Aber ich sage immer eben euch bescheuert auf Instagram, dass es nicht heute eins kommt, sondern morgen. Darum kümmere ich mich gleich. Das habe ich ja gestern geschnitten. Da werde ich gleich die ganzen YouTube-Details machen. Thumbnail bearbeiten und so. Dann noch ein bisschen meinen Terminkalender und sowas planen. Abchecken und so. Und dann kochen. Ja, ich bin ganz schön kaputt. Und ich habe seit gestern irgendwie so Bauchschmerzen. Weiß auch nicht, warum. Vielleicht nehme ich gleich mal ein bisschen E-Buro-Gast. Ja. Und ich habe Durst. Ich muss jetzt erst mal was trinken. Ja, so viel dazu. War auf jeden Fall ein sehr cooler Tag. Ich habe leider nicht euch viel mitnehmen können. Aber das ist halt auch schwierig. Vor allem, ich bin da gerade noch so voll am Lernen und so. Aber das wird sich auch alles noch ändern. Ja. Aber so viel dazu erst mal als Update. Und ich fange mal an. Hey, Pupsi. Hey, Pupsi. Wen hast du denn gesehen? Wen hast du denn gesehen, hä? Und du? Und du? Kommst du jetzt mal? Schreist du mich so an? Ich schreibe, wie ich will. Ich klapp's nicht gleich. Hallo, übrigens. Hi. Übrigens, wir haben gerade nicht gekocht, weil wir hatten noch Reste von gestern. Die haben wir gegessen. Und deswegen habe ich euch kein Essen gezeigt. Was machst du denn da, hä? Und jetzt wird es mal Zeit für die Adventskalender um kurz nach neun. Ah ja, du bist heute früher, ne? Stimmt. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum bist du schon zu Hause? Ja. Und was ist morgen? 13monatiges. 13monatiges. Oh, Nikolaus. Ich frage mich, warum ich den nicht am 6. reingemacht habe. Tschüss, sogar von Lind. Der schmeckt ultra. Oh, ich liebe Lind. Ja, ja, bitte. Sonst mache ich das. Nein. Ach, Mann. Das ist meiner. Ich teile ja schon mit dir Brand News. Ich würde auch nix mit dir teilen, Herr Bob. Ja, aber nee, nix. Ist nix für dich. Fungs Sally Belly Beans. Sauer. Saure? Die kenne ich nicht. Saure Apfel, saure Kirsche, saure Traube, saure Zitrone und saure Orange. Ich mag Sally Beans. Aber weil ich es noch mehr mag, ich mache mir gerade ein Ben & Jerry's. Also ich mache mir das halb bis 10 Sekunden. in die Spülmaschine, in den Mikrofon, in den Ofen, in den Ofen, auf den Herd, in die Waschmaschine. Oh ja, und das werde ich gleich essen. Leid. Fand ich witzig. Also ein Blush. Ein was? Samaya, ein Blush. Oh, der ist schön. Schön. Das ist... Aprikot. Ist das richtig? Geht du in die Richtung, oder? Mehr pink als Aprikot, aber... Ja, ist bisschen Aprikot, ja. Ja? Ja. Okay. So, willst du in den Rentmus gucken? Kannst du jetzt auch mal machen, komm. Kann ich auch mal machen, okay. Kannst du auch mal machen. Wo ist denn die Schwäff? Also hier ist schon mal die Direktshilfe. Immer da unten. Du kriegst die direkt überreicht. Warum müsste ich das nicht aufmachen? Geil! Mano! Dänenfrühstück. Ultra lecker Makrele. Du bist aber ein Makrele. Ich stehe auf sowas, ja. Ich nicht. Dann kannst du das nehmen und ich nehme deinen Limplein. Auf gar keinen Fall und auf gar keinen Fall. Tschüss. Du kriegst hier dein Blush. Ich hab das Ben & Jerry's im Aldi gefunden. Die Kamera fokussiert schneller. Ja, das ist ja auch die neue. Im Aldi. Warte, nein, bleib mal da. Was tust du, wenn ich da einfach reinbeiße? Warte. Das funktioniert natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Guck mal nach da. Nein, in die andere Richtung. Ja. Dreh mal deinen Kopf da hin. Näher. Mach mal einen Kuss. Ach du Scheiße, das musst du ja erstmal sauber machen hier. Tschüss. Ja, ist weg. Ja, das ist noch drauf. Und das wird nicht rausgeschnitten. Ganz vergessen, den Vlog zu behelden. Feierabend jetzt für heute. Das ist gleich halb zwölf. Es reicht jetzt. Da liegt noch ein Weihnachtssnake. Hier liegen doch ganz viele Süßigkeiten. Wo kommen die her? Habe ich sie gestern dahin gelegt? Warum liegen sie da immer noch? Weil ich sie nicht gegessen habe. Nur einen Weihnachtsmann. Danke für die Info. Ich habe sie vor deinen Augen dahin gelegt. Ja, dass du nichts siehst, ist klar. Das ist so geil damit zu vloggen, ne? Weil die einfach viel weiter weg ist. Es ist nicht so, sondern so. Was viel angenehm das ist. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Guck mal. Cool, ne? Super. Okay. Ciao.